Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Crash of the Titans, ganz genau. Im letzten Part haben wir Episode 9 abgeschlossen und den Skobariller kennengelernt. Und Matsch, die sehr schlimm sind. Aber wenn man die genommen hat, dann sind sie geil. Uff. Ja. Schauen wir weiter. Oh mein Gott. Was passiert hier denn? Hm. Okay. Komische Statue von Engine schießt. Jetzt Raketen. Die irgendwo spawnen. Ja gut, ich dachte, da wäre irgendwo was. Das ist das Secret Waybair. Au. Aber dem war nicht zu. Dann gehen wir hier weiter. Jetzt muss ich die Kamera wechseln. Hallo Matsch. Das ist besser. Puh, puh, puh. Und hier mit R1 können wir das hier machen. Und, uuuaah. Und, uuuaah. Ja, klatsch. So. Okay, wir nutzen die Gegner in die Gelme. Sieh schon. Bis da wieder so eine Blockade ist. Ich bin hier mit dir. Fünf Feuer des Gefechts. Hm. Hörst du wohl damit aufhören? Ähm. Aha. Zack. Zack. Iiii. Okay. Wir können... Hier ist alles rot. Das Problem ist, die Konzept-Grafik-Book ist auch rot. Also, wo ist sie? Hier sind Minen, die jetzt getroffen werden. Oh Gott. Komm zurück. Oh Gott, komm zurück. Das war's. Uff, das war so gleich für mich. Ich sehe nicht, wo die kommen werden. Manche sind ja einschlagzeuger, aber nicht bei allen. Was ist das denn? Lautsprecher. Oh Gott. Ah, diesen Teil musst du nehmen. Bist du sicher? Wie ist das so, dass ich diesen Teil bieten werde? Oh Gott, Aua. Oh Gott, Aua. Danke, dass sie so leicht ist. Dankeschön. In diesem Teil, was du lieben sagst. Ja. Oh, der war okay. Was tut der? Der hat den Kopf in die Lust gesprungen. Oh Gott. Oh Gott. Du, 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 du. Oh. 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 Kommen wir da jetzt hin? Oh, diese Frage. Natürlich kommen wir da hin. Gut. Nee, zum Matsch will ich nicht so. 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 So und so. Ist dir gefährlich, wie das gerade war? Gott. Oh nein. Welchen Glück? ein boss ja das ist ein bürger ins körper nicht ja gut dann ist es nicht so glücklich mach schon freilich hat er auch kommt Komm hier runter! Was geht hier rein? Okay. Schön, wenn die da sind. Schön, wenn die da sind. Ich sehe hier ein extra gegen Gedicht. Ich geh schon weg. Ich geh schon weg. Ich geh schon weg. Schau! Einer der Gegner hat sogar ausgesprochen von dem Trailer. Schau, überhaupt kurz. Noch mehrere Gegner für die Spiele. Nein. Best. Weg damit. Das sehe ich schon. Weg damit. Nein. Das ist eine gute Idee. Nein. Geh weg. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Zwei. Na klar. Zwei. Zwei. Der kotzt auch noch. Boah. Noch mehr geht das vielleicht. Oh, ja, ja, ja! Play 99. Oh! Okay. Was sind diese Ziele? Da. Okay. Tschüss. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Ähm, wir haben den Horsch gefällt. Au! Ich hab mir den Hintern gebrochen! Ähm, das hast du. Oh Gott. Ah, doch, Alter. Ah. Tschüss. Geschafft. Konzept-Grafik. Die ist wichtig. Schön. Oh. Weiter. Okay. Das war okay. Wir können weiter. Wir können sogar weiter. Schön. Überhin. Episode 11. Schock schwere Not. Oh, was? Was? Eine Episode so heiß. Ist das so? Wir sind jetzt im Engin-Statut. Oh. Okay. Okay. Wer ist jetzt der doofe Helmer? Na du. Hä? Hä? Oh mein Gott. Was soll das jetzt heißen? Kann ich da rein? Nein. Noch mehr bombastöse Untergangspolkermusik. Ist das rund was? Na. Zuladen und Kaffee! Juuu. Juuu. Ja, gut. Also abstoßende, aber geliebte Terroraffen-Wiener. Morgen ist Kinder-Arbeitstag in der Firma. Bringt so viele eurer rattigen Verpfleger wie möglich mit, damit sie Arbeiten erledigen, die für Roboter zu gefährlich sind. Und bitte beachtet, dass... Was ist das hier? Hawaii-Hemd-Tag ist. Bringt also ein möglichst gemächtes kaufliches Hemd mit. Das war's! Ach, das sind Engines untertan. Okay. Was ist das denn? Ich muss mir die Zeichen angucken. Oh Gott, haben sie gesehen. Kenies, dein kreisendes Verderben! Oh no. Was passiert hier? Hey, das Eis! Mehr und Lange! Ich tuchst es nach Sie! Ein neuer Gut anst! Der Satz soll drin! Hey! Wie geht's? Der ist okay! Ich mag ihn! Dankeschön! Nachdem ein wenig auf der Präsenz von der Pauust solltet. Ich weiß nicht, dass er sich sagt. Die Ratsch ist in der Präsenz von der Pauust solltet. Ich weiss nicht! Wie geht's mit Ihnen? Du schätze dich? Du schätze dich bekommend ich nämlich! Du schätze mich! Du schätze dich bekommend ich kurz! Du schätze dich bist, außer du schätze dich nie zumezgen, wie ist das? Und der ist das denn? Ich würde mich nicht mehr ansprechen, Da wird alles geht! das ist interessant damit können wir die drei ist das so der doppel wir haben kombos die vielleicht nutzen und er trifft uns einfach Okay. Ist die Konzept gar nicht Fake? Ich glaube hier war irgendwo ein Nebenkron. Da drin war... Ich kann mich eh... Hat mir ein Leben gekriegt, schöne. Ist das... Ich glaube nicht... Das ist... Ich brauche noch kein Neues. Genau... Siebte ich nicht nicht mehr... Wer? Noch mal ein Grail. Zummer. Nein bin ich nicht. Ich bin nichts hinterländler. Ah, ich hab's hier in den Gummibus. Da bist du nichts. Schreckliche Geräte, die weder Mensch noch Atterie benutzen sollten. Ah! Die Betriebswettel zu beschissen, eine Spiegelung entworfen. Das war's. Äh, Ende. Alles gut. Ich sollte ein bisschen an der politischen Funktionierung arbeiten, wenn ich schon mal geroben bin. What? Was ist diese Konzeptgrafik? Ich bin nicht da, wo ich dachte. Oh, jetzt kommen wir ins Büro. Ich liebe diesen Teil. Ich könnte bei Deutschland such den Super Cyborg mitmachen, wenn es... Was ist das? Was machen die da? Ihr geht langsam, die Hand lang raus. Warum schenke ich die nicht alle auf einmal in den Kampf? Nein, du sollst nicht, bitte nicht. Oh Gott, warum? Enri, oh. Er stuft. Jetzt hab ich übermühen. Hey, übernimmt er mich? Untergang für dich. Wo ist er hin? Er braucht gar nichts. Junge. Schön. Wer ist die? Die hat's mal richtig. Ich weiß nicht. 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 Oh Leute, macht die Affen weg, ganz ehrlich. Die Affen richtig. Das kann er nicht! So. Danke schön. Was ist das? Was ist das denn schön? Die Verenchen! Fluch auf dich! Ach, die Verkriege. Ich hab mein Toast Rezept verloren, wiederholen. Mein Familien Rezept für Toast ist verschwunden. Die Unterlieferung ist in Kürze da, aber ich kann den Lern nicht aufrauscheieren. Jemand muss mir helfen. Ich hab das Rezept auf einem kleinen Flebe-Titel notiert, kann ich aber nicht finden. Außerdem wurde Frackbatch gut gesichtet. Blablablabla Sie tun nichts. Für Trost! Ist das so schwer? Immer mit dem Lügel und mit Müll meine ich Krähe! Und ihm kein Kähe! Hey, das hört sich gut an! Zauber soll ich eine Sau machen! Dann könnte ich Mädchen kriegen! Ich mag keine Affen mehr! Äh... Der Jinn fühlt sich allein Wir nehmen an Fiss! Fass! 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 Warte mal, hier ist was! Was ist das hier? Der war keine Konzeptgrafik! Die war gut versteckt! Sie sind großen Bomben! Lass sie ihm Explosionen und Spitze Teile um die Ohren fliegen Meine Karriere! Lauf! Oh nein! Die Eier werden schon lieben! Ganz bestimmt! Ja! Ich bin so schön, ich bin so... Wir brauchen noch mehr böse Wände! Los! Hm? So! Ich kann ihn mitnehmen, danke! Ich kann ihn mitnehmen! Christ, wie lange dazu wird oben so balancieren! Hm, Törtchen! Kleine, runde Leckereien! Da hab ich dir jetzt aber nichts Neues erzählt! Nee, um was mit oben noch! Törtchen! Das ist der Törtchen! Das ist das hier! Ich mach das! Hm! Ding! Das tut Ding! 金 modern! Das ist das kind! Ja, ganz ill! Zu mir Cara! Fruit! Tschüss. Oh nein! Komm schon, schneller! Schneller! Komm schon! Danke! Vastöse Untergangs-Volka-Musik! Kohl-Ulan und Kaffee! Schwein! Was? Was? Stoßende, aber geliebte Terror-Achendiener! Morgen ist Kinder-Arbeitstag in der Firma! Und brechen so viele eurer richtigen Anpfleger! Öffnigt, damit sie Arbeiten erledigen, die für Roboter zu gefährlich sind! Und bitte beachtet, dass Freitag Hawaii-Hemd-Tag ist! Kinder-Arbeit! Hier kann ich? Danke! Was? Was? Okay! Sie wird uns staunet! Uff! Was denn jetzt los? Waaaah! Was machen tiefe Geräusche? Was ist das? Geh weg! Immer noch nicht vorbei! Viel Spaß! Äh, da sitzen halt Zapfen aus dem Klo! Die duschen! Toll! Super! Ich bin kein Apfel! Oh! Dankeschön! Und weiter! Die duschen! Der Ratzapfen! Soll sie sich waschen? Wirklich? Gut! Wir müssen wieder hoch! Oh Gott, oh Gott! Oh! E-S-K-A-L-E-T! Tschüss! Danke! Hm! Interessant! Danke! Ich bin erfolgreich! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Aber wie es weitergeht, werden wir im nächsten paar Zeit sehen. Also schaltet den Daumen hoch, wenn's gefallen hat und meinen Genieb am Tag. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Nachfrage! Und schlug! Ich binhalt. Tschüss! Tschüss!